Linda, schaust du das? Das sind die Tage, in denen ich mein eigenes Haare und Make-up und mein eigenes Styling habe. Hallo, ich bin's, die Heidi, und ich bin heute bei Glamour Style. Tagebuch. Ready, everyone? Das ist mein erster Titel mit der Glamour. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe seitdem. Das war 2001. Das war, bevor ich Kinder hatte. Ich finde das ganz frisch. Es ist eigentlich was, wo ich selten privat mit rumlaufe. Man macht sich immer so schnell dreckig, ne? Ich muss aber gestehen, ich erinnere mich gar nicht mehr so gut an den Tag. Ich habe so viele Fotoshootings gemacht. I don't remember this one so much. Oh, daran erinnere ich mich schon eher. Lang, lang ist es her. Ja, Victoria's Secret. Hier, glaube ich, auch mit meiner Tochter durch die Gegend. Ich bin schwanger hier mit meiner Tochter Leni, mein erstes Kind. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass ich einen kleinen Bauch habe hier in dem Bild. Die anderen Models wollten nie die großen Wings anziehen. Und ich wollte immer die größten Flügel anhaben. Und wenn ich irgendwie so kleine bekommen habe, solche kleinen, ja, dann war ich schon traurig und habe da ein bisschen rumgemeckert und durfte dann irgendwann die ganz großen anziehen. Ja. Das war eins meiner ersten Vogue-Titel. Das ist französische Vogue. Das habe ich fotografiert mit Richard Burbridge. Ich habe Chanel an, meine Haare wurden ganz streng nach hinten gemacht. Richard Burbridge hat fotografiert mit so einer ganz, ganz, ganz großen Kamera, wo man auch wirklich nur so ein Sheet reinmacht. Und er macht wirklich nur zwei Fotos. Also es war so Millimeterarbeit. Er hat dann gesagt, Nasenflügel ein bisschen mehr da, Kim ein bisschen nach unten. Also man konnte sich kaum bewegen, was für mich ganz schwer ist, weil ich bin immer sehr quirlig so vor der Kamera. Und dann hat er dann irgendwo irgendwann gesagt, three, two, one. Ein Foto gemacht. Und ja, hat vielleicht zwei gemacht. Und dann eins von diesen zwei Fotos ist dann eben dieser Titel geworden. Das war ein cooles, cooles Fotoshooting. Keine Ahnung, wo ich hier bin. I don't know. I don't know where I am here. I don't know. Ich habe sogar blaue Wimpertusche drauf. Ja, ich habe immer verrückte Sachen ausprobiert. Ich habe auch nicht immer das Geld gehabt, sage ich jetzt mal, um mir die coolsten Sachen zu kaufen. Ich hatte auch damals keinen Stylisten, so wie heute. Insofern habe ich mir da immer irgendwie welche Sachen zusammengesucht. Und wie man sieht hier, da war irgendwelche Blumen da in der Blumenvase. Ich habe mir dann direkt auch in die Haare gemacht. Blaue Wimperntusche. Also ich habe immer so irgendwie mein Ding gemacht. Ich habe immer irgendwie Spaß mit Mode gehabt. Und natürlich auch so typisch deutsch. Alles ist so ein bisschen matchy-matchy. Pinkes Top, pinke Tasche. Pashmina war damals on-trend. Ich glaube, ich habe eine Pashmina in jeder Farbe gehabt. Und diese Kaschmir-Scheids. Lang, lang ist das auch her. Hier bin ich mit meinem Mann in Las Vegas. Ich frage mich bloß nicht, was das für ein Outfit ist, dass es wieder so irgendwas Kurioses ist, was ich irgendwo in irgendeinem komischen Mall gefunden habe. Aber ich liebe auch ganz kuriose Malls. Also ich bin auch nicht jemand, der nur so nach irgendwelchen Designer-Outfits sucht. Also ich gehe gerne auf Flohmärkte. Ich gehe gerne in unterschiedliche, weirde Boutiquen. Gerade in Las Vegas habe ich schon so viele coole, lustige Sachen gekauft. Ich mag auch gerne Sachen anziehen, die nicht jeder anhat oder die eben überall available sind. Deswegen suche ich mir immer so meine Sachen ein bisschen so zusammen. Mein Mann guckt immer so ein kleines bisschen darauf, was ich anhabe. Und dann matcht er immer so ein kleines bisschen, was ich dann gerade so trage. Und man sieht, ich habe auch hier einen Cappy auf von Tiesto. Ich bin ein riesen Tiesto-Fan. Ich habe jetzt auch gerade einen Song mit ihm zusammen gemacht. Und ja, wir gehen gerade zu ihm hin. Oh, hier bin ich gerade in Cannes gewesen. Das sieht komplett anders aus, das Kleid, wenn einfach der Stoff nur so auf dem Boden runterhängt oder den du so hinterher dir ziehst. Ich habe gedacht, es ist mehr Fun, wenn ich den mal ein bisschen flattern lasse. Und dann habe ich mir ein paar Flügel selber hergegeben. Meine Brüste sind ein bisschen on the edge hier. Also das hätte auch ganz schief gehen können hier. Ist aber nichts schiefgegangen. Also ich glaube, hier und da bin ich in der Zeitung gewesen, auch in Deutschland, wo sie gesagt haben, das ist alles rausgefallen. Aber das stimmt gar nicht. Und die machen dann immer so ein kleines, so eine Zensur darüber in den Zeitungen. Aber ich habe kein Bild gesehen, wo irgendwas rausgefallen ist. War alles schön versteckt. Keine Panik auf der Titanic, ja. Und hier bin ich auf dem Titel der Sports Illustrated gewesen. Und das war einer meiner ersten großen Red Carpets. Da habe ich ein Outfit an von Mark Bauer. Da erinnere ich mich noch dran. Das war praktisch wie ein Badeanzug, nur eben als Kleid. Das war Gold und dann so Snake Skin Print. Und das war eben immer ein riesengroßes Ding, wenn man auf dem Titel landet. Das war mein erstes Jahr bei der Sports Illustrated. Ich bin direkt auf dem Titel gelandet. Das war natürlich mega. Das war wie ein Lotto-Gewinn. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Foto ein Titel werden würde. Denn ich fand das gar nicht so sexy, weil ich war im Badeanzug. Ich habe so viele andere schöne Fotos gemacht. So im Bikini, bauchfrei, so ein kleiner Triangle-Bikini. Da habe ich gedacht, das wäre viel mehr sexy gewesen. Aber nee, die haben sich für das hier entschieden mit dem Badeanzug. Ich war ganz verwundert, dass das überhaupt den Titel gemacht hat. Und ja, da bin ich noch ganz jung. Ja, hier habe ich Vogue-Titel gemacht mit meiner Tochter. Da hat sie mir gesagt, sie möchte jetzt auch gerne modeln. Und als sie dann 16 wurde und dann ihren Führerschein gemacht hat hier in Amerika, habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du auch anfangen zu modeln. Und habe dann gedacht, okay, mit wem sollen wir das machen? Deutsche Vogue ist perfekt. Ich komme aus Deutschland. Mein Kind ist halb deutsch und habe gedacht, das wäre ein guter Einstieg für sie. Und ich wollte dann auch, dass sie im Mittelpunkt steht, weil es ging um sie. Und habe sie dann deswegen auch so ein bisschen auf der Wange geküsst, damit sie nach vorne guckt und ich nicht so wirklich. Ich wollte, dass der Fokus dann mehr auf ihr liegt. Und ich finde, das ist ganz schön geworden. Schönes Foto. Viele Shootings kamen noch danach. Sie hat viel gemacht seitdem und macht immer noch. Ich bin hier hin. Hier ist irgendein Movie Premiere oder irgend sowas, glaube ich. Aber ich weiß noch, welche Jeans das ist. Ich glaube, das ist Earl. Da war Earl Jeans gerade on Trend. Und ja, auch hier, ich hatte keinen Stylisten. Das waren so Sachen wirklich, die ich einfach privat normal getragen habe. Und ich habe dann immer gedacht, okay, wenn ich mir dann hohe Schuhe anziehe, meine Haare ein bisschen aufpimpel, dann wird das schon okay sein. Heute habe ich dann ein Team von vielen, vielen Leuten und das dauert Stunden, bis ich dann erstmal überhaupt aus dem Haus kann. Zu dem Zeitpunkt habe ich eben auch noch nicht so viel gehabt und habe dann mein Bestes gegeben. Ich hatte eben nicht die coolen Sachen. Ich hätte es aber gerne gehabt. Also getraut hätte ich mich schon. Oh, das war ich jetzt gerade bei den Golden Globes. Das hat mir ganz gut gefallen, dieses Kleid, weil es einfach so schön groß und rot ist. Also ich bin schon jemand, der gerne laute Sachen anzieht. Mit Blumen oder sehr kurz oder, oder, oder. Das ist für mich eher was Klassisches. Aber anscheinend hat es euch gefallen. Dankeschön. Hier bin ich mit Sofia Bergara. Mit ihr habe ich immer super viel Spaß, weil wir sind wirklich so wie zwei Frauen, die sich unheimlich gerne modisch anziehen, auch so ein bisschen gegenseitig aufsticheln. Und dann sagt, was hast du denn da an, Sofia? Dann sagt, was ziehst du denn da an, Heidi? Und dann, ich liebe das, eine wunderschöne Frau neben mir zu sitzen, zu haben, hier bei America's Got Talent, weil das spornt mich auch immer wieder an, immer was Schönes anzuziehen und gegenseitig. Also wir haben unheimlich viel Spaß zusammen. Nicht nur jetzt, wenn wir im Fernsehen sind, sondern auch privat. Wir sehen uns privat super oft. Sie ist wirklich eine gute Freundin von mir geworden, jetzt seit einigen Jahren. I love her. Ich habe siebzehn Jahre lang Project One Way gemacht. Drei Jahre jetzt Making the Cut. Zehn Jahre bin ich jetzt bei America's Got Talent dabei. Die Zeitliefer geht wie im Flug. Das ist krass. Aber ich liebe meinen Job. Ich liebe interessante, neue Leute kennenzulernen. Ob das jetzt bei Topmodel ist, wo ich immer wieder neue, wunderschöne Menschen suche. Jetzt auch Männer. Vorher waren es nur Frauen. Und in Amerika suche ich Designer oder auch Leute, die irgendwelche anderen tollen Talente haben. Und ja, das macht einfach unheimlich viel Spaß auf Suche zu gehen. Das war ein Zeitpunkt, da glaube ich, habe ich gerade bei Thomas Gottschalk den Wettbewerb gewonnen. War vielleicht so ein oder zwei Jahre gerade in Amerika gewesen. Ja, das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich glaube ich erst nur drei Paar hohe Schuhe gehabt. So ein silberner, ein goldenes Paar und vielleicht ein schwarzes Paar. Und die waren immer on rotation. Also sieht jetzt anders aus in meinem Kleiderschrank. Aber damals hatte ich noch nicht so viel. Man sieht die leider nicht die Schuhe. Aber ja, das war zu dem Zeitpunkt. Man sieht hier noch meine Augenbrauen sind noch extrem. Man hat die damals mega dünn getragen. Und ja, ich mochte immer schon gerne voluminöses Haar. Hab auch noch keine Strähnchen hier. Die sind alle noch irgendwie Naturfarbe. Und ja, fand ich schick. Ich habe gedacht, ich bin im Fernsehen. Mach ich mich mal ein bisschen schick. Hier sind wir in Capri. Und wir waren gerade unterwegs gewesen. Und habe meine Tochter mitgenommen auf diesen Event. Das war, glaube ich, auch einer ihrer ersten roten Teppiche. Und das war ganz schön, weil wir ja auf dem Boot zusammen gewesen sind. Und haben uns selber geschminkt und die Haare gemacht. Das war dann so süß gewesen, weil sie dann immer in mein Zimmer kamen. Mom, was meinst du denn? Soll ich die Haare so oder so machen? Und dann sag ich, was meinst du denn? Soll ich meinen Pony so oder so machen? Und das war ganz süß. Hier sind zwei von meinen Halloween-Loops. Einmal bin ich hier Jessica Rabbit. Es war ganz lustig, weil als ich gerade so meine Prosthetics draufgeklebt bekommen habe. Und an so einem Tag zeige ich immer gerne auf Instagram so den Prozess, wenn ich mich so fertig mache. Also immer so ein bisschen peu a peu a peu. Dann schicke ich schon mal wieder ein Foto raus. Und alle haben mir immer gedacht, ich werde Kim Kardashian. Als sie meinen riesen Busen und meinen Hintern gesehen haben. Alle so, ja, sie wird Kim Kardashian. Aber nein, das war ich nicht. Dieses Jahr war ich ein V, weil ich wollte gerne was mit vielen, vielen Menschen machen. Also das bin ich vorne und ich stehe jetzt auf jemanden drauf. Und habe dann noch zehn weitere Menschen hinter mir, die praktisch die Federn von dem V sind. Und die sind alle von Cirque du Soleil. Wir haben dann zusammen an einem Kostüm gearbeitet. Dann haben wir so einen Auftritt gehabt auf dem Red Carpet. Die sind wirklich durch die Gegend geflogen, haben so tolle Sachen gemacht. Und am Ende, als wir dann alle zusammengefunden haben, bin ich dann zum V geworden. Das war fun. Also ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, dass ich diesen Rock bekommen habe. Denn ich erinnere mich, ich glaube der war von Valentino. Aber die haben mir irgendwie keinen Top dazu gegeben. Also ich hatte nur diesen Rock geschickt bekommen. Ich hatte kein Oberteil und dann denke ich, was und jetzt? Und dann habe ich wirklich ein weißes Tanktop genommen. Und habe das dann wirklich abgeschnitten, damit das bauchfrei ist. Und ich habe gedacht, damit das besser dazu passt, habe ich dann noch das Pink über das Weiße angezogen. Und ja, das ist eins von meinen drei Paar Schuhen, die ich damals hatte. Ein goldenes Paar, ein silbernes Paar und ein schwarzes Paar. Und das ist das schwarze Paar. Linda, are you looking at this? These are the days where I did my own hair and makeup. And my own styling. You like slapped like a piece of bacon, shiny as hell. Jay Leno. Also Jay Leno war in Amerika einer der größten Fernsehinterviewer. Ich habe, glaube ich, seine Sendung 14, 15, 16 Mal gemacht. Also oft eingeladen, ich liebe ihn auch über alles. Also der war echt immer mega, mega lustig. Weil die sind ja auch nicht immer alle nett, ne? Die Leute, sage ich jetzt mal, die dich interviewen. Und er war wirklich immer super cool, war immer super interessiert an allem, was ich gemacht habe. Und ja, also ich habe nur positive Memories von dieser Zeit. Ich glaube, meine allererste Sendung in Amerika, die ich gemacht habe, war mit David Letterman. Und das war in New York. Ich habe mir überlegt, ich muss irgendwas Besonderes machen. Und ich habe mir gedacht, wie bleibe ich den Menschen in Erinnerung? Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin Deutsche, ich heiße Heidi. Es wäre vielleicht ganz cool, wenn ich jodeln würde. Das war wirklich dann auch am nächsten Tag überall in der Zeitung gewesen. Und noch in irgendwelchen anderen Fernsehsendungen ist das dann nochmal wieder aufgegriffen worden. Ich hatte dann auch so ein ganz besonderes Kleid an, das so komplett offen war an der Seite. Also man hat nur vorne so einen Stoff gehabt. Die ganze Seite war komplett auf. Es war ein super Look, den habe ich geliebt. Ich weiß gar nicht mehr von wem, aber ich habe gejodelt. Was ich hier gemacht habe, I don't remember. Da sah ich aber eher boring aus in diesem pinken Ding mit einem Dutt. Ja, hier bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Also die fotografieren mich ganz oft, wenn ich aus dem Auto steige. Im Persedina, wenn ich zur AGT gehe, da fand ich diese T-Shirts ganz lustig. Das war eigentlich ein langes T-Shirt. Das habe ich dann abgeschnitten. Die Hose ist von Asedin. Und hier habe ich eines an von, ich glaube das ist Dolce D'Avada. 90s Supermodel. Steht da drauf. Hier wollte ich wirklich jemandem von mir helfen. Und ich habe gedacht, ich ziehe mal seinen Top an. Dieses Always be kind. Und das fand ich eine schöne Message. Ich glaube, ich habe nochmal irgendwo ein Sweater bekommen. Das war auch eine neue Designerin. Die hat uns Pullover mitgebracht und da stand drauf, Today I will achieve nothing. Und das fand ich ganz lustig. Heute werde ich überhaupt nichts zustande bringen. Und das fand ich eine lustige Message. Und Sophia hat den gleichen Pullover bekommen. Und dann haben wir uns beide am gleichen Tag verabredet, dass wir das anziehen. Wait, is that it? Ich habe so viele Outfits schon anziehen dürfen in meinem Leben. Ich musste kreativer sein am Anfang meiner Karriere. Ich habe versucht immer das Beste draus zu machen. Ich habe auch immer Spaß damit gehabt. So ist es nicht. Ich kannte aber eben keinen. Insofern hat mir keiner irgendwie irgendwelche tollen Sachen gegeben. Und als ich dann eben mehr gearbeitet habe, bekannter geworden bin, so ist es dann natürlich einfacher geworden, schöne Sachen zu bekommen. Okay, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mit mir auf Zeitreise gegangen seid. Wenn ihr noch ein paar Looks von meiner Tochter Leni sehen möchtet, dann klickt jetzt hier drauf. Und dann sage ich jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.